Hallo und herzlich willkommen zu Übungsblatt 8 und zum Thema Collections. Das Thema Collections kommt in fast allen V- und Hübungen auf diesem Übungsblatt vor. Auch in der Klausur müssen Sie damit rechnen, mit dem Thema Collections konfrontiert zu werden, so wie zum Beispiel hier in der Frühjahrsklausur 2020. Wir werden uns vor allem mit den Klassen und Interfaces auf der linken Seite hier beschäftigen. Die rechte Seite, das sind einfach nur ein paar Klassen, die die Interfaces auf der linken Seite implementieren, die wir nur als Spielmaterial verwenden werden. Die genaueren Details dieser Klassen, wie die implementiert sind und so weiter, sind sowieso eher Stoff der AOD als der FOB. Da werden wir jetzt gar nicht so großartig hineinschauen. So, wir arbeiten also erstmal mit dem Interface Collection und dieses Interface Collection, ja wie der Name schon sagt, ist ein Objekt einer solchen, das Interface Collection, einer Klasse, die das Interface Collection implementiert, ist eben eine Sammlung von irgendeinem beliebigen Typ und dieser beliebige Typ ist die Instanzierung des generischen Typ-Parameters. So wie hier haben wir drei Collections, die einfach Sammlungen von Objekten von Klasse Number oder beziehungsweise von Number abgeleitet sind. Das sehen Sie dann hier. Wenn die Methode Add fügt Elemente in die Collection ein und das ist jetzt hier schön homogen in diesem Beispiel, um es übersichtlich zu halten, aber es müsste nicht so homogen sein. Es könnte genauso gut gemischt sein, dass ein und dieselbe Collection Objekte vom Typ Integer, vom Typ Double und so weiter hat. Das sind die wesentlichen Methoden von Interface Collection, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben. Add haben wir schon gesehen, bekommt eine Referenz von der Instanzierung des Typ-Parameters und fügt dieses Element ein. AddAll ist ein bisschen umfangreicher, aber im Prinzip dasselbe wie Add, bekommt eine Collection vom selben Typ als Parameter und fügt alle Elemente dieser Collection ein in die Collection, mit der AddAll aufgerufen. Size ist ganz einfach die Anzahl der Elemente, die momentan in der Collection drin sind, ist empty, eben ob überhaupt Elemente drin sind oder ob die Anzahl Null ist. Contains bekommt wiederum eine Referenz von der Instanzierung des generischen Typ-Parameters und liefert True zurück, wenn dieses Element tatsächlich momentan in der Liste enthalten ist. Das heißt also eingefügt, aber nicht entfernt worden ist. ContainsAll, wieder in Analogie zu AddAll, bekommt eine andere Collection und liefert nur True zurück, wenn alle Elemente dieser anderen Collection in der Collection auch enthalten sind, also wenn die andere Collection sozusagen eine Teilmenge der Collection sind, mit der diese Methode aufgerufen wurde. Clear entfernt alle Elemente, mit Remove bekommt ein Element eine Referenz von der Instanzierung des generischen Typ-Parameters, und falls dieses Element momentan in der Collection gespeichert ist, wird es aus dieser Collection entfernt. Wenn es mehrfach gespeichert ist, wird ein Vorkommen entfernt. So, wir sehen hier jetzt also nochmal das Zusammenspiel vom Einfügen und vom Enthalten-Test. Und Sie sehen insbesondere hier anhand dieses Beispiels, dass der Test, ob ein Element enthalten ist oder nicht, nicht Objektidentität abprüft, sondern Wertleichheit. Wir hatten in einem früheren Video schon mal sehr intensiv den Unterschied zwischen Objektidentität und Wertgleichheit betrachtet. Das Ganze funktioniert auch mit Null, brauchen wir nicht weiter uns anzusehen. So, das erste Interface war jetzt Collection. Und Collection können Sie sich vorstellen, nicht ganz wie eine mathematische Menge, insofern wie eine mathematische Menge, weil es ungeordnet ist, weil es keine Reihenfolge darin gibt, aber doch nicht so ganz wie eine mathematische Menge, weil Duplikate möglich sind. In einer Collection kann erstmal das Ein-Element mehrfach enthalten sein. Das ist nicht von vornherein ausgeschlossen. Interface-List ist eine Erweiterung des Interface-Collection um insbesondere diese vier Methoden und hat aber jetzt eben zusätzlich die Logik, dass jedes Element einen Index bzw. wir haben immer gesagt eine Position hat. Also Position Null, Index Null, Eins, Zwei und so weiter. So wie Sie es von Listen in Racket kennen und von Arrays in Java auch schon gesehen haben. Das ist jetzt die Erweiterung. Das heißt also, wir haben nicht eine ungeordnete Multimenge wie Collection, sondern eine geordnete Sequenz, wo natürlich auch wieder mehrfach vorkommen möglich sind. Dann haben wir dort zum Beispiel diese Methode Set, die jetzt in dieser Form überhaupt nur sinnvoll ist, weil wir Positionen, also Indizes haben. Set überschreibt das Element in der Liste an dem gegebenen Index. Das heißt also, wenn hier Null übergeben wird, dann wird das Element, das an Position Null steht, mit diesem neuen Element überschrieben. Wenn hier Eins steht, entsprechend an Position Eins und so weiter. Und um zu verhindern, dass das alte Element, was dort stand, bis zum Überschreiben, dass das verloren geht, wird es nochmal zurückgeliefert hier, sodass man wenigstens die Chance hat, den alten Wert, der in dieser Position, in dieser Liste stand, irgendwo anders hin zu speichern. Kann man diese Chance ergreifen, muss man aber nicht. Wenn einem dieser alte Wert überhaupt nicht mehr interessiert, dann ignoriert man einfach diese Rückgabe und ruft diese Methode Set einfach auf, als wäre sie eine Void-Methode. So, und falls dieser Index hier nicht in den validen Indizes der Liste sind, dann wird eine Index-Out-of-Bound-Exception geworfen. Logischerweise, also wenn der Index negativ ist oder wenn er größer gleich der Listengröße ist, wird Index-Out-of-Bound-Exception geworfen. Die anderen interessieren uns hier nicht weiter. Können Sie gerne, wenn Sie wollen, nachlesen, den Dokumentation der Methode Set von Interface List. Wichtig für uns ist nur, dass das alles Runtime-Exceptions sind. Das heißt also, ein Aufruf der Methode Set muss nicht in einen Try-Block. So kann man sich beispielsweise das Einfügen eines Elements an einem bestimmten Index vorstellen. Ja, hier oben haben wir eine Liste. An Index 0 steht A, an Index 1 steht B und so weiter. Und an Index 5 soll X eingeführt werden. Also schauen wir 0, 1, 2, 3, 4, 5. An Index 5 steht hinterher das X. Wäre der Index jetzt 0, würde das X vor dem A stehen. Und wäre der Index jetzt, wenn ich mich nicht verzählt habe, 11, dann würde das X nach dem K kommen. Und noch weitere Indizes, also kleiner 0 oder größer 11, würden dann eben zum Wurf dieser Exception führen. Index-Out-of-Bound-Exception. So, ich hatte beim Thema Generics in diesem Video kurz angedeutet, dass wir bei Collections nochmal zurückkommen zu Wildcards, weil wir hier vielleicht nochmal ein paar motivierende Beispiele sehen können. Das ist jetzt der Moment dazu. Sie sehen hier nochmal Whitecard, die erste Variante mit Extents. Sie erinnern sich, was das heißt. Das heißt, dass nicht die Klasse von dieser Methode ContainsNull bzw. GetValue generisch ist. Das heißt, auch nicht die Methode, sondern einfach nur diese einzelnen Parameter. Und Sie sehen hier ein schönes Beispiel dafür. Ich möchte mit einer Liste von Zahlen hantieren. Und zwar möchte ich einfach hier diesen Index anwenden, das Element an diesem Index zurückbekommen und den Double Value zurückliefern. Nicht besonders sinnstiftend, aber einfach zur Illustration. So, für welche Instanzierung des Typ-Parameters von List macht das Ganze Sinn? Für welche würde ich das gerne haben wollen? Naja, für Number natürlich. Number hat eine Methode Double Value. Aber genauso gut auch für Integer, Character, Double, Großgeschrieben, D und so weiter. Auch dafür, auch Listen von diesen Instanzierungen, auch dafür würde es Sinn machen, eine solche Methode zu haben. Und Wildcards in der Form mit Extents bieten mir die Möglichkeit, das eben genau so, wie ich es haben möchte und wie es sinnvoll ist, offen zu halten. Dass ich in diese Methode ContainsNull, beziehungsweise in diese Methode GetValue, eine Liste von Number reinsetzen kann. Oder eine Liste von Integer oder eine Liste von Character und so weiter und so fort. Und mit allem den funktioniert es. Und genauso mit, wenn wieder kein Extents hinter dem Fragezeichen kommt, haben wir schon gesehen in dem Video zu Generics, dass das dann Extents Object bedeutet. Und natürlich lassen sich da nur Sachen machen, die für Optik schon möglich sind. Und wie Sie sehen, machen wir eigentlich gar nicht so richtig viel damit. Das geht natürlich mit, also mit jeder beliebigen Liste hier von irgendeinem Klassentyp. So, jetzt die umgekehrte Variante mit Super. Zum Beispiel möchte ich hier einfach in dieser Methode in eine Collection die Zahl Pi einfügen. Oder hier in einem leicht abgewandelten Beispiel in diese Liste die Quadratwurzel von 2 einfügen. Und für welche Collections oder Listen macht das Sinn? Für welche Instanziierungen? Naja, es macht Sinn zum Beispiel für Double. Aber auch genauso gut für Number. Ja, da kann ich natürlich auch Pi oder Quadratwurzel von 2 als eingewerbt in Klasse Groß Double hineinsetzen. Und natürlich genauso gut in jeden anderen Supertyp von Double. Also macht das, was ich hier hingeschrieben habe, absolut Sinn. Für jede Art dieser Collection oder Liste mit jeder dieser Instanziierungen macht es Sinn. Und ist es auch dank Wildcards möglich. Ich hatte ja schon öfters immer mal versucht, deutlich zu machen, dass die einzelnen Konzepte, die wir uns hier ansehen, nicht unterschiedliche Schubladen sind, die nichts miteinander zu tun haben, sondern im Gegenteil, dass alles mit allem im Prinzip kombinierbar ist. Und so sehen wir das hier. Wir haben eine Liste von Prädikat, was im Prinzip auch heißen kann, eine Liste von Lambda-Ausdrücken. Also durch Lambda-Ausdrücke werden die einzelnen Listen-Elemente eingefügt. Also Listen und Lambda-Ausdrücke arbeiten problemlos miteinander zusammen. So, wir kommen nochmal zurück zu Interface Comparator. Dafür hatten wir ein eigenes Video. Und zwar, Sie erinnern sich, Comparator erlaubt es für einen gegebenen Typ, für eine gegebene Instanzierung des Interface Comparator, des generischen Interface Comparator, dann ein Vergleich zwei Elemente zu implementieren. Und das ist die Grundlage, so ein Vergleich zwei Elemente ist die Grundlage für die gängigen, allgemein verwendbaren Sortieralgorithmen, die Sie dann in der AOD sehen werden. Dann brauchen wir hier nicht zu wissen, wie solche Sortieralgorithmen funktionieren, also wie man eine ganze Liste so umsortiert, so in sich umsortiert, dass das erste Element in der Sortierreihenfolge an Position 0 steht, das zweite Element in der Sortierreihenfolge in Position 1 und so weiter und so fort. Ja, einer von den Algorithmen in der AOD ist wahrscheinlich hier implementiert worden, können Sie sicherlich in der Dokumentation nachlesen und wahrscheinlich nicht in der einfachen Form wie in der AOD, sondern schon etwas raffinierter. Interessiert uns hier aber nicht. Wichtig ist der Allgemeinheitsgrad, den Sie hier auf dieser Folie sehen. Also erst einmal sehen wir hier die Klasse Collections, nicht zu verwechseln mit Collection, dem Interface, mit dem wir uns die ganze Zeit jetzt beschäftigt haben. Diese Klasse Collections hat eine Methode Sort, die maximal denkbaren Allgemeinheitsgrad hat. Ich bekomme eine Liste von einem beliebigen Datentyp, zum Beispiel in diesem Beispiel da oben vom Datentyp, also vom Referenztyp Student. Und der wichtige Punkt dann ist der zweite Parameter, der den Vergleich festlegt und damit die Sortierreihenfolge festlegt. Wenn ich so, wie es hier gelb unterlegt ist, Sort aufrufe, dann werden die Studierenden in der Liste nach Matrikelnummer aufsteigend sortiert. Wenn ich stattdessen den anderen Comparator, den wir da implementiert haben, der die Studierenden nach Namen vergleicht, wenn wir den da reinsetzen, dann wird die Liste der Studierenden nach Telefonbuchordnung lexikografisch also sortiert. Und wenn ich dann noch den Reverse Comparator reinsetze, den wir ja da auch definiert haben, dann ist die Telefonbuchordnung nicht mehr von A bis Z, sondern von Z bis A. Also maximaler Allgemeinheitsgrad, wie man sich das Thema Sortieren überhaupt nur vorstellen kann. Wir haben jetzt gesehen, dass wir punktuell Einzelnelemente einfügen können, Einzelnelemente entfernen können, Einzelnelemente suchen können, also mit Contains feststellen können, ob ein einzelnes Element drin ist oder nicht. Wir wollen aber auch durch eine Collection oder eben auch Listerweiter der Collection auch durch eine Liste durchgehen können. Alle Einzelnelemente und mit jedem Element mehr oder weniger dasselbe machen. So wie wir das bei Listen in Racket gemacht haben, so wie wir das auch bei Arrays in Java gemacht haben. Und da hat sich schon unabhängig von Java allgemeine Informatik eingebürgert, dass man diese Funktionalität durch eine Collection durchzulaufen nicht durch Methoden der Collection selber realisiert, sondern dass man die auslagert in ein eigenes Konzept, Iterator, was in Java wieder als Interface realisiert ist. Auch ein generischer Typ-Parameter, derselbe wie die zugehörige Collection. Das heißt also, wie Sie hier sehen, eine Collection vom Typ Number liefert mit Methode Iterator, klein geschrieben, ein Iterator von Number zurück, mit dem über diese eine Collection dann iteriert werden kann. So nennt man das. Und Sie sehen hier, wie das Muster ist mit diesen zwei Methoden. Die Methode Next liefert bei jedem Aufruf was anderes zurück. Beim ersten Aufruf liefert sie ein Element der Collection zurück, beim zweiten Aufruf ein anderes, beim dritten Aufruf ein noch anderes und so weiter und so fort, bis keins mehr da ist. Und ob noch eins da ist oder nicht, dafür gibt es die Methode HasNext, solange es noch ein Element in der Collection gibt, was noch nicht mit diesem Iterator hier durch Next zurückgeliefert worden ist, solange liefert HasNext True zurück. Um anzuzeigen, es gibt noch Elemente in der Collection, die noch nicht prozessiert sind. Bei Listen speziell, Listen sind ja eine Erweiterung von Collections, da funktioniert das Ganze natürlich auch. Da gibt es noch die zusätzliche Garantie, dass der Durchlauf durch die Liste tatsächlich ein aufsteigender Durchlauf durch die Indizes ist. Das heißt also, Methode Next liefert als erstes das Element an Position 0 zurück, als zweites das Element an Position 1 und so weiter und so fort. Hier gibt es eigentlich nichts Neues. Das ist einfach nur alle drei Iteratoren, die wir auf der letzten Folie definiert haben, jetzt in Aktion. So, das ist etwas Neues, was aber durchaus analog ist zu etwas, was wir schon gesehen haben. Sie erinnern sich, für Arrays haben wir eine verkürzte Vorschleife gesehen, mit der alle Elemente des Arrays, alle Komponenten des Arrays durchlaufen werden, in aufsteigender Reihenfolge der Indizes, sodass wir dann mit jedem einzelnen dieser Komponenten immer das mehr oder weniger dasselbe machen können. Und das ist völlig analog jetzt hier bei Collections, nämlich wo hier ein Array stand, steht jetzt der Name der Collection drin. Hier der Analog zum Komponententyp des Arrays, eben die Instantierung des generischen Typparameters von Collection und hier SDR ist in jedem Durchlauf ein anderes Element der Collection und so, dass wir also mit jedem Durchlauf ein anderes Element der Collection hier prozessieren. So, wir hatten ein ganzes Video in Rackets zum Thema Filter, Fold on Map und das ist natürlich hier auch bei Collections ein Thema und für Filter gibt es schon eine Methode von Collection, die heißt nicht Filter, sondern RemoveIf, bekommt ein Prädikat übergeben als Parameter und entfernt aus der Collection alle Elemente, bei denen dieses Prädikat eben False zurückliefert. So, warum ist das nicht einfach vom Typ T, sondern hier dieser Wildcard, auch wieder ein schönes Beispiel für den Sinn und Zweck von Wildcards. Wenn wir beispielsweise eine Collection von Double haben und ein Prädikat auf Number, dann macht es durchaus Sinn, dieses Prädikat von Number auf eine Collection von Double anzuwenden. Ja, denn wir können ja ein Double mit groß D immer in die Methode Test eines Prädikats von Number reinstecken, statischer, dynamischer Typ, das passt zusammen. Also, es gibt überhaupt keinen Grund, Predicate auf den Datentyp, auf den generischen Typ T zu beschränken, sondern wir können durchaus, ohne dass wir in Probleme kommen mit unserer Regel, statischer, dynamischer Typ, dynamischer Typ ist gleich dem statischen Typ oder Subtyp davon. Ohne dass wir damit in Probleme kommen, können wir auch ein Prädikat auf jedem beliebigen Supertyp von T verwenden. Wir können aber auch Filter selber schreiben. Hier ist eine erste Variante von Filter, in der wir dasselbe machen wie Remove If im Prinzip, natürlich anders implementiert, aber wir machen im Prinzip dasselbe, wir entfernen in der Liste, wie sie reinkommt, alle Elemente, die nicht dem Prädikat genügen und das machen wir wieder, wie wir es eben gesehen haben, mit dem Iterator. Wir gehen durch alle Elemente des Iterators durch und liefern dann, und wenn ein Element nicht dem Prädikat genügt, dann entfernen wir das aus der Liste mit Remove. aber Filter kann man sich auch in der zweiten Form vorstellen, was dann eher auch der Filterfunktion in Racket entspricht, nämlich wir haben eine Eingabeliste und eine Ausgabeliste und die Ausgabeliste ist eine Kopie der Eingabeliste, reduziert um alle Elemente, die nicht dem Prädikat genügen. Das heißt, wir müssen dann erst einmal hier eine Ausgabeliste einrichten. Wir müssen uns überlegen, welche Klasse wir da für die Collection verwenden. Wenn die Dokumentation, die Spezifikation dieser Methode Filter nichts Bestimmtes fordert, sind wir frei darin und können uns einfach beispielsweise für die Klasse Linked List aus der Java Standard Bibliothek entscheiden, die das Interface List implementiert und damit indirekt natürlich auch das Interface Collection. So, und dann gehen wir hier wieder die Eingabeliste durch und testen jedes Element, ob es den Filter passiert oder nicht. Aber hier machen wir jetzt was anderes, nämlich, wenn es den Test passiert, dann fügen wir dieses Element in die Ausgabeliste ein und sonst fügen wir es eben nicht ein. Filter haben wir jetzt, dann eben als nächstes Map und Sie erinnern sich, Sie können das auch nochmal vergleichen mit dem Typ von der Funktion Map in Racket. Das ist eigentlich alles dasselbe. Wir haben zwei verschiedene Typen, Groß X, Groß Y, für die Elemente der Eingabeliste und für die Elemente der Ausgabeliste. Die müssen ja nicht unbedingt vom selben Typ sein. Und wir müssen dann wieder, wie eben, die Ausgabeliste einrichten. Denn in diesem Fall haben wir nicht die Wahl, wie bei Filter, ob wir die Liste selber filtern wollen oder eine gefilterte zweite Kopie erstellen wollen, sondern Map hat ja die Logik, dass eben Eingabeliste und Ausgabeliste zwei völlig verschiedene Dinge sind, nur dass sie eben gleich lang sind. und die einzelnen Elemente der Ausgabeliste entstehen durch Anwendung einer gewissen Funktion aus den entsprechenden Elementen an denselben Positionen in der Eingabeliste. Und genau das machen wir hier. Wir gehen die Eingabeliste durch und fügen jeweils ein Element in die Ausgabeliste ein, die genau die Anwendung dieser Funktion ist. Fold ist ein bisschen komplizierter, so auf den ersten Blick. Das vergleichen Sie vielleicht dann auch noch mal mit der Implementation, vor allem mit der Typdefinition der Funktion Fold in oder Fold L und Fold R in Racket. Und dann werden Sie sehen eins zu eins, dass hier die Rollen von X und Y eigentlich dieselben sind, wie hier in der Parameterliste und im Rückgabetyp. Und alles andere ist jetzt nichts Neues, was Sie auf dieser Folie sehen. So, wir kommen noch zu einem weiteren Interface namens Map. Das ist ein bisschen unglücklich, dass dieses Interface genauso heißt, wie die Standard-Operation, eine Collection auf eine andere zu mappen, sozusagen. Ist aber nicht ganz zufällig so, denn beide realisieren eigentlich in gewisser Weise dasselbe, nämlich eine Funktion im mathematischen Sinne, die Elemente eines Definitionsbereichs, einzelne Elemente eines Definitionsbereichs auf einzelne Elemente eines Wertenbereichs abbildet. Map abbilden. So, bei der Funktion Map in Racket war das einfach so, dass die Elemente des Definitionsbereichs in einer Liste gegeben sind und die abgebildeten Werte im Wertebereich dann eben die andere Liste sind, die Ausgabeliste. Hier haben wir eine Datenstruktur, in der das gespeichert ist, wo zu jedem Wert aus dem Definitionsbereich, der hier drin gespeichert ist, dann gleich der zugehörige Abbildungswert mitgespeichert wird. Allgemein nennt man die ersten Werte Schlüsselwerte oder englisch Key und die anderen, ja, manchmal nennt man sie Value oder auch, ich würde sie vielleicht gerne Informationen nennen. Das trifft die Sache besser. Zu jedem Schlüsselwert, zu jedem Key gibt es jeweils eine Information. Wichtig ist hier, von der Logik her, dass jeder Schlüsselwert nur einmal drin vorkommt. Es kann kein Schlüsselwert zweimal drin vorkommen, im Gegensatz zu Listen und Collections. Um die Logik von Map zu verstehen, denken Sie beispielsweise an ein Online-Wörterbuch. Was heißt denn ein Online-Wörterbuch? Da geben Sie einen Suchbegriff ein, das ist der Key, der Schlüsselwert, und bekommen eine entsprechende textuelle Information, eine Beschreibung dieses Begriffs dann zurück. Das ist dann hier in der unterlegten Zeile der Value, beziehungsweise das, was ich Informationen jetzt nennen möchte. Und Sie sehen, genau das passiert, was mit Methode Put wird hinterlegt. Ein paar, bestehend aus so einem Suchbegriff, zum Beispiel im Online-Wörterbuch, und einer zugehörigen Information. Ich habe mich hier für HashMap entschieden. In der AOD werden Sie sehen, dass das eine sehr gute Wahl ist, für die, wenn man nicht selber da eine entsprechende Map-Klasse implementieren will, sondern eine aus der Java Standard-Bibliothek einfach nehmen möchte, dann ist HashMap wahrscheinlich die Methode der Wahl, wenn es um solche Dinge wie Online-Wörterbücher geht. So, was kann man jetzt damit machen? Man kann jetzt Suchanfragen stellen, man kann einen Begriff eingeben. Das sehen Sie hier mit SDR 1 und mit SDR 2. Und wenn der Begriff tatsächlich drin ist, dann wird die zugehörige Information zurückgegeben. Das ist die erste gelb unterlegte Zeile. Wenn der Begriff nicht drin ist, dann wird Null zurückgegeben. Das ist die zweite unterlegte Zeile. Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, beim Einfügen, ich habe ja gesagt, jeder Suchbegriff soll nur einmal drin vorkommen, maximal einmal. Und Sie sehen auch auf dieser Folie, warum das notwendig ist, denn es kann ja nur eine Information zurückgegeben werden. Es wäre sehr problematisch, wenn Sie mehrfach denselben Key drin hätten mit unterschiedlichen Informationen. Und dann ist nicht klar, welche dieser Information wird zurückgeliefert mit GET. Deshalb ist die Logik die, wenn Sie PUT ein zweites Mal aufrufen mit einem Schlüsselwert, der schon drin ist, dann wird dieser Schlüsselwert nicht ein zweites Mal eingefügt, sondern die Information zu diesem Schlüsselwert wird überschrieben und die alte Information wieder zurückgeliefert als Rückgabewert, damit Sie, wenn Sie wollen, die alte Information irgendwo noch retten können. Das ist ein zweites Mal.